Derzeit trudeln wieder Bußgeldbescheide und Vollstreckungsbescheide bei Betroffenen in Bußgeldverfahren ein hier in Deutschland von Verstößen, die aber während des Urlaubs im Ausland begangen wurden. Das Thema hatten wir ja auch schon in einem oder mehreren meiner Videos hier. Verstöße im Ausland mit dem eigenen Auto, häufig während des Urlaubs. Man hat es vielleicht noch gar nicht mitbekommen und irgendwann kriegt man dann Monate später, manchmal sogar Jahre später, einen Bescheid im Briefkasten. Wir hatten hier den Fall, dass diese ausländischen Geldbußen von Anwaltskanzleien geltend gemacht werden. Das ist nicht so ohne weiteres wirksam und möglich. Aber der Europäische Gerichtshof hat jetzt ein wegweisendes Urteil erlassen Anfang dieses Monats zu diesem Thema zur Vollstreckbarkeit ausländischer Geldbußen in Deutschland. Darum geht es heute in diesem Video. Auf was müsst ihr achten? Sind das Sachen, die man wegschmeißen kann? Oder kann das noch gefährlich werden, auch wenn man schon längst nicht mehr in dem betreffenden Land ist, sondern in Sicherheit in Deutschland? Bleibt dran. Nach dem Trailer, also in 20 Sekunden geht es um genau dieses Thema. Und der EuGH hat diese Frage letztgültig beantwortet. Während des Trailers kommentieren, liken und vor allem Kanal abonnieren. Ganz wichtig, bis gleich. Mein Name ist Christoph Reuter. Ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Vogt, Rechtsanwalts GmbH. Wir sind Deutschlands größte Kanzlei im Verkehrsrecht mit über 25 Standorten bundesweit. Ich verantworte die Standorte in Köln und Koblenz, habe da viel mit Verkehrsordnungswidrigkeiten zu tun und verteidige da die Betroffenen, die Autofahrer ja zumeist. Und in den allermeisten Fällen geht es dabei natürlich um Bußgeldbescheide von deutschen Behörden. Aber gerade im Urlaub ist man halt auch schon mal im Ausland unterwegs. Im EU-Ausland in der Regel. Mit dem eigenen Auto. Italien, Frankreich, Spanien etc. pp. Alle möglichen Länder, Nachbarländer sind da betroffen. Und es kann durchaus sein, dass man da mal einen Verkehrsverstoß begeht, geblitzt wird, vielleicht auch sogar in so eine Zone fährt mit Zufahrtsbeschränkung, von der man überhaupt nichts weiß. Und dann kriegt man nach Monaten, teilweise sogar wirklich nach Jahren, einen Bußgeldbescheid ins Haus zugestellt. Und dann stellen sich natürlich die Betroffenen hier in Deutschland die Frage, Mensch, das kommt hier aus Italien. Ich verstehe das erstens nur so halb, was mir da vorgeworfen wird. Oder es kommt aus Frankreich oder sonst woher. Ja, bin hier ja aber in Deutschland. Und kommen die überhaupt an mich ran? Können die das überhaupt vollstrecken? Haben die überhaupt eine Handhabe gegen mich? Oder sind das alles nur leere Drohungen? Und ich muss höchstens mich auf der Hut haben, wenn ich wieder in dieses Land fahre im Urlaub. Aber solange ich hier in Deutschland bin, bin ich in Sicherheit. Und da hat jetzt der Europäische Gerichtshof Anfang dieses Monats, Oktober 2021, ein wegweisendes Urteil erlassen. Zu genau dieser Frage, ob diese EU-Bußgeldbescheide im EU-Ausland ohne weiteres und ohne Einschränkung vollstreckbar sind. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, ja, sind sie. Und zwar müssen sich die Rechtsordnungen und die Behörden der einzelnen EU-Länder, müssen die Bescheide da gegenseitig vollstrecken. Und da ist es sogar so, dass die Vollstreckungsbehörde im Land des Wohnsitzes des Betroffenen nicht befugt ist, den Bußgeldbescheid und die Rechtmäßigkeit des Bescheides, der aus dem Ausland, im Inland vollstreckt werden soll, zu überprüfen. Die müssen das mehr oder weniger blind vollstrecken. Also bei einem Verstoß in Italien, ja, wenn da ein Bußgeldbescheid ergeht, der einem erstmal zugestellt wird und man nicht bezahlt, dann kann die italienische Bußgeldbehörde auf das Deutsche Bundesamt für Justiz zugehen und dann einen entsprechenden Antrag stellen auf Vollstreckung des Bußgeldbescheides. Und dann darf das Deutsche Bundesamt für Justiz nicht prüfen, ob dieser Bußgeldbescheid denn jetzt rechtmäßig ist nach der deutschen Vorstellung von der Rechtmäßigkeit von Bußgeldbescheiden, sondern muss das eins zu eins so vollstrecken, ohne da ein Prüfungsrecht zu haben. Das war bis dahin umstritten und es gab durchaus auch Fallkonstellationen, wo eine Vollstreckung dann abgelehnt wurde. Ja, es ist zum Beispiel so, dass in Deutschland keine Halterhaftung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten denkbar ist, im Ausland aber sehr wohl. Und wie ist es, wenn ausländische Behörden in Deutschland gegen einen Deutschen vollstrecken wollen, der im Ausland den Verstoß begangen hat? Nein, nicht begangen hat, sondern nur Halter des Fahrzeuges ist, dann haben das Deutsche Bundesamt für Justiz in der Vergangenheit gesagt, nee, machen wir nicht, Halterhaftung gibt es in Deutschland nicht, ist nicht rechtsstaatlich und genau diese Überprüfung ist da nicht mehr zulässig. Der konkrete Fall, der entschieden wurde von dem EuGH, war ein Fall, da ging es dann nicht um die Halterhaftung, und da ging es darum, dass der Halter befragt wurde von der ausländischen Bußgeldbehörde, wer denn jetzt der Fahrer war. Das hat der Halter nicht gesagt und dann wurde eben ein Bußgeld gegen den Halter wegen dieser fehlenden Auskunft erhoben und das sollte verstreckt werden und da hatte sich dann die Vollstreckungsbehörde geweigert, weil das nach deren Vorstellung eben so nicht ging, den Halter dann in dieser Form zu belangen. Aber dieses Prüfungsrecht haben die nationalen Vollstreckungsbehörden nicht. Die müssen den Bußgeldbescheid eins zu eins so vollstrecken und haben dann nicht nochmal ein Prüfungsrecht. Das hat der EuGH jetzt wirklich unmissverständlich festgestellt. Die Frage bleibt dann aber immer noch, ob denn die ausländische Bußgeldbehörde diesen bürokratischen Weg auf sich nimmt, die Vollstreckung des Bescheides durch die nationale Vollstreckungsbehörde dann in die Wege zu leiten, mit Anträgen, die da zu stellen sind. Der Amtsschimmel ist ja schon mal ein bisschen langsam und beschwerlich. Das wird nicht in allen Bußgeldverfahren gemacht. Man weiß aber selber persönlich nie, ob man jetzt selber da drunter fällt oder ob man da noch glimpflich bei rauskommt. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man diese ausländischen Bußgelder bezahlen, denn zumindest ist die Vollstreckung möglich und man hat wenig Chancen dagegen dann noch vorzugehen. Zu allem Überfluss sind ausländische Bußgelder in der Regel wesentlich höher als Bußgelder in Deutschland. Ja, wir sind da eigentlich auf einer Insel der Glückseligen. Auch nach der Erhöhung der Bußgelder laut Bußgeldkatalog sind wir da im internationalen Vergleich immer noch recht billig, was die Verkehrsordnungswidrigkeiten anbelangt. Sollten zu dem Thema Fragen auflaufen, gerne in die Kommentare, gerne auch persönliche Kontaktaufnahme mit mir. Meine Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Bei Themenanregungen gerne auch in die Kommentare. Ansonsten den Kanal abonnieren, das Video teilen, das Video liken. Ich wünsche uns allen, dass wir da keine unliebsame Post bekommen. Und wenn, dann stehe ich gerne als Verteidiger oder Berater zur Verfügung. In dem Sinne wünsche ich uns allen gute Fahrt, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020